Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie bitte in den Raum der Wünsche. Deak sagt, dass er Ihnen etwas mitzuteilen hat. Okay. Oh Gott, ist das schön. Komm, Wolkenschwinge! Oh. Wie schön ist es. Wie schön ist es. Wie schön es ist. Hoppla. Ich wollte da schön durchfliegen, weißt du, aber Hilfe, flieg nach oben. Hilfe, I'm sorry. Was ist das? Achso. Okay. Hallo Leute da unten. Guckt euch. Guckt sie euch an. Dick, 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 dick. Okay, langsam. Na also. Ich liebe es, wie da die Musik gleich startet. Das Spiel ist so schön, ich kann nicht mehr. Ich bin. Oh Den Turm kenne ich doch Oh Oh Eingesaugt Oh mein Gott, ist das cool Das war so wunderschön Hey, hey Okay Ich freue mich, dich heute im Akio-Duell zu besiegen Fangen wir an? Okay Ja, es kann losgehen Dann beschwören wir mal los Akio Ja Nein Da musst du dich schon etwas mehr anstrengen Heute ist nicht mein Tag Ich habe so oder so verloren Dich kicke ich raus Scheiße Das war unglaublich Na bitte Ich habe gewonnen Aber da kann man Das war super Willst du noch eine Runde? Ne, ich gehe jetzt erstmal weinen Vielleicht ein andermal Wie du meinst Ich bin hier Ich bin hier, wenn du bereit bist Schön, ich muss jetzt weinen Danke Wo ist er denn? Hey du Hallo Deek Professor Weasley sagte, du wolltest mir mehr über den Webstuhl erzählen Ah, hallo Ja Deek hat sich etwas überlegt Er Offenbar denkt der Raum, sie brauchen mehr Platz für Tierwesen Wie Deek sagte Er hatte eine Idee Deek weiß, wie sie die Kleidung testen können Die sie im verzauberten Webstuhl verbessert haben Und vielleicht könnten sie dabei einem alten Freund helfen Was meinst du damit? Ein Hauself namens Tops sammelt für seinen Meister in einer Höhle bei Hogwarts Blutegelsaft Tops Meister lässt ihn nicht aus der Höhle Und Deek weiß, dass es dort von Spinnen nur so wimmelt Das klingt ja furchtbar Ja Und Deek hat schon länger nichts von seinem Freund gehört Die Kleidung aus dem Webstuhl hat vielleicht nützliche Verzauberungen Deek dachte, sie könnten sie testen und nach Tops sehen Ich finde Tops Überlass das mir, Deek Ich finde Tops für dich Oh, danke Bitte sagen Sie, Deek Was Sie über Deeks alten Freund erfahren Oh, danke Ich habe keine Ahnung, aber ich habe keine Ahnung. Können die ein Baby machen? Kaligo und Wolkenschwinge. Macht mal ein Baby. Hallo, macht mal ein Baby, bitte. Okay, also meine Kamera spinnt leider etwas rum, weil ich jetzt gerade tagsüber aufnehme. Da sind die Lichtverhältnisse nicht so gut. Ich habe nämlich keine Rollläden. Ja, ich habe keine Rollläden. Wo zur Hölle muss ich hin? Ich finde die Höhle. Einhornbau. Einhörner. Ich brauche ein Einhorn. Ich brauche ein Einhorn. Oh, hi. Bye. Hi. Oh. He's not dead. Dankeschön. Sie haben mir geholfen. Ich brauche. Positive. Oh. Ich bin nichts mehr. Ich bin ein İyiweir. Ich möchte zu dieser Einhornhöhle. Das sind Einhörner. Einhörner. Oh. Klasse. Expelliamos, potato. Gracias. Du bist... Ja! Expelliamos. Gracias. Sende. Damit habt ihr nicht gerechnet, ne? Hahaha. Ist ja super. Das ist ein Regenbogen. Oh, ich kann nicht mehr. What? Was ist denn hier los? Achso. Hi. Oh mein Gott. Ich muss gerade... Ich heilige Makrele. Das sind Einhörner. Einhörner. Hallo? Ich glaube es gar nicht. Hier sind Einhörner. Oh. 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 Wow. Oh. Der Arme! Ist einfach rumgefallen. Einhörner. Online hat man gesagt, dass es richtig schwierig ist, ein Einhorn zu fangen. Das war doch voll einfach. Anfänger. Spaß. That was awesome. Wow. Noch ein Weibchen. Ich will Einhornbabys. Ich will Einhornbabys. Das war toll. Oh mein Gott. Das ist eine Höhle. Höhle. Das muss die Höhle von Top sein. Ich sollte hineingehen. Das sollten wir wohl... Äh... Nicht. Nein, das sollten wir nicht. Ähm... Oh Gott, nee. Leute, ich bin... Nee, da... Nee. Oh Gott, Spinnenhöhle. Oh nee. Das ist jetzt nicht... Och nee. Extreme Danger. Cool. Oh Gott, ich kacke mich ein. Nee, ich will keine Spinnen. Tops, warum... Komm, Pringo! Rebellio. Tops, du hast deine Quote um drei Fiolen verfehlt. Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, dass meine treuen Kunden ihre Flaschen von Seamers Schrumpflösung nicht erhalten. Wegen deines dummen Fehlers bekommst du eine Woche lang kein Essen. Außerdem erwarte ich von dir, dass du dich entsprechend bestrafst. Wenn ich die nächste Lieferung abhole, sehe ich am besten blutige Verbände statt deines üblichen idiotischen Grinsens. Wenn du deine nächste Quote plus fünf zusätzliche Fiolen nicht erfüllst, verletzt du mehr als nur deine Essensprivilegien. Tops, Meister ist furchtbar. Rebellio. Tops? Tops? Deek schickt mich. Bist du hier drin? I'm shitting my pants. Okay, da ist nix. I'm shitting my pants. Oh Gott, Leute. Tops? Anselm? Anselm? Unatt? Anselm? Oh 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 Das sind Babys Ich hab doch gesehen, dass hier ne Riesenspinne ist Toll Ich Ich Hm Lecker Ah Ob ich Angst hab vor Spinnen? Hahaha Wie kommt ihr denn da rauf? Ah 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 Komm, schlüpf. Ja, ja, ja. Der Meinung bin ich auch. Ja, ja, ja. Komm, Trinko. Igitt. Das ist furchtbar. Diese Löcher, diese Löcher. Ja, ich kann nicht mehr. Nee. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein. Ola, you there? No? Vorsicht vor den Spinnen, tops. Ach, hier gibt's Spinnen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ew. Ich wollte gerade schon gehen. Ja, oh mein Gott. Ich bin halt ein bisschen unsichtbar. Aber damit können wir leben. Ja. Tschaußen. Ach du Scheiße. Ui, ui, ui. Ui. Du. Hey, Caramba. Fresse. Oh mein Gott. Das mach ich mit deinen Babys. Oh, das weinte ich nicht so. Das ist mir ein bisschen zu eng hier. Mama mia. Du Arschloch. Scheiße jetzt. Oh, das war gut. Du hast mal Pause. Kopf in den Sand, bitte. Klappe! Klappe! Oh mein Gott! Junge, Junge, Junge! Alter! Junge, Junge! Junge, Junge! Wofür he perché mal? Boah ey Heilige Magrile Disgusting Oh, vá só Consigo Hey Wenn der Meister die Leiche von Tops findet, war die große Spinne zu stark Tops hat den Meister enttäuscht und hat diese Strafe verdient Tops fühlt sich schwach, schläfrig Tops muss Oh no Jetzt muss ich weinen Halt, stopp Ein paar Schätze noch holen Hi Der Altar kommt mir bekannt vor Ich bin wohl wieder am Höhleneingang Ja Ciao Schnell raus hier Ich hab genug von Spinnen Tschüssi Haha, tschüssi, tschüssi War schön, nicht Junge Was Was Alter Verwalder Ist eigentlich eine gute Idee Den anderen erst mal einzufrieren Den einen fertig machen Sag mal, wo kommt die alle her? Dude What the heck? Guck mal, wo kommt denn die Alle her hier? Fresse So, und du bist jetzt dran Wooh Was ist denn hier wieder los? Schwarze Magie? Also bisher ist das alles hier keine schwarze Magie. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Sag mal, ganz ruhig hier. Na? Alles gut bei euch? Geht ja mal nicht hier. Meine Friends. Also. Äh, Diek. Heilige, wo bin ich hier? Noch ein Banditendingsi bumsi. Schöne Dinge tue ich da. Die. Ja. Das ist ja. 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 Spielen! Protego! 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 Mamma mia! Die Musik einfach gleich am ausrasten. Komm. Geh raus. Ola. Komm raus. Komm. Putsi, putzi, putzi. Putsi. Hallo, kommen sie her. Ich will da nicht rein. Ew. Ew. Ihr Unholde. Egelig. Ihr Unholde. Wenn meine Nachbarn irgendwann wieder zu laut sind, dann werde ich auch einfach rausschreien. Ihr Unholde. So. So. Sehr gut. Oh. Oh. Das ist einfach. 60 CC